So, heute gibt es wieder mal einen Kopfbau mit einem Shotgun von Mari. Ich werde mir heute den Mango bauen. Ich werde mir den Kopf im Sommerfitschung Alpaca Zirug bauen. Und ja, dann lege ich gleich mal los. So, ihr seht schon, ich habe hier Besuch. Ayosha von WhoCase ist hier. Auch Yannick von ShishaSquad Kassel. Der hat hier leider gerade keinen Platz. Ich rauche gerade den Mango von Mari. Das ist eine leckere Mangonote. Sehr süss, also es geht in die Richtung vom Strong Mango von Zoom. Aber ich finde, das Ganze ist etwas süsser, etwas weniger herab. Und Ayosha wird euch gleich noch sagen, was er gerade raucht. Und ein, zwei Worte dazu. Ich gebe kurz das Mikrofon rüber. Ich rauche den Somokilem. Das ist Kiwi mit Limette. Sehr, sehr nice. Also wie gewohnt. Ich denke, Sandra hat den schon mal vorgestellt. Von daher, easy. Gut, dann war es auch schon wieder für heute. Morgen sind die zwei vielleicht auch wieder dabei. Die sind gerade am Opener-Fahrenfeld. Ihr habt ihn gerade noch gar nicht gesehen. Und ja, dann war es auch schon wieder für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch. Und wir sehen uns morgen wieder. Ich hab's jetzt doch gewusst. Ich hab's jetzt doch gewusst.